ein herzliches willkommen zurück zu holdfast nations at war sofort schwarz es ist eine landeroberung ich glaube mich daran zu erinnern das schon mal gespielt zu haben oh preußen ist frei und ein schütze ist frei das ist doch schon mal ein schöner anfangen so wir sind aber auch nicht komplett volle spiel war ich hier schon mal wo rennen wir denn eigentlich hin zu b dann zu c komm c ist doch hier bis ich dort bin der kammer ist es wahrscheinlich schon eingenommen auf ihn schießt er gleich bei dir plötzlich und jetzt mit ein da kommt kammer rin zu so als ob ich ihn nicht sehe nein ich ausrasten nicht aufregen eigentlich bin ich da schon gut hin also dann gehen wir wo ist denn die eigentlich da ist a b ach da hin also c wird hart umkämpft das heißt ich werde hier mal rüber gehen muss ich wirklich sagen weil das war fast schon unser es wird mit karblerie umkämpft so wie es aussieht ne da sind ein paar ein paar infanteristen warum wird das hier nicht komplett eingenommen jetzt haben sie den erwischt so jetzt aber schnell einnehmen a bleibt vielleicht mal zu d komm wir gehen zu b rüber schon wieder so ein karblerieb der rum was ist da oh shit ha 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 Arsch Nein, der ist gerade nach links aus Wo ist denn der andere hin? Haha War wohl nix Boah, jetzt muss ich aber einen von den Idioten erwischen Da kommt Oh, da kommt auch noch Infanterie an Scheiße Okay Gut, hab ich Aufpassen die mit der Kabinerie Hier, kann mir mal jemand bissl helfen? Seht ihr mich? Wo ist der? So, jetzt erwische ich dich Hä? Wer? Shit Okay Die Franzosen führen Das ist nicht gut Jetzt C oder Richtung B Wir müssen schon C behalten Das geht nicht Das geht wirklich nicht Ja, so zügig Da hinten sehe ich glaube ich schon welche Naja An der Flagge steht so ein Lump Er hat mich aber noch nicht gesehen glaube ich Das heißt ich kann jetzt hier schön Und beschissen Bin ich hier alleine oder was? Ach, da ist noch einer Ach, da ist noch einer Okay, gut, Kamerl ist da Ja So, erstmal schön einlegen Das habt ihr gut gemacht So, und jetzt aber Jetzt gehen wir mal zu D Scheiße Das Pferd hab ich getroffen, das ist okay Oh nein, unsere Kavallerie hat's erwischt Hä? Ist der auch vom Pferd gefallen? Alter, wo kamst du denn her? Nein Wieder einer an C dran, das gibt's doch gar nicht Aber Wir kriegen B, so wie es aussieht Geil Das ist gut Das ist gut Also, erst zu C Wir brauchen C D wird jetzt Oh, jetzt ist es gut Da hinten ist schon wieder so Kappler wie Spack Darf ich euch hassen Grundtief hasse ich euch Wendt wieder Kaiba zu dieser blöde Flagge Wo ist die Kavallerie jetzt hin? Da ist Kavallerie-Man Da ist der, der mich auch vorher erwischt hat, glaube ich Ich muss hier aufpassen Okay, also wohin? Nach B, komm Ich seh die Flagge ja da hinten Scheint auch keiner zu sein Scheint auch keiner zu sein Ja Perfekt Mal Gleich Action anschalten Aufpassen, dass hier nicht irgendetwas Wer hat mich gesehen? Schade Den hole ich mir jetzt Und der wurde geholt Der will nicht Aber erstmal hierher Hä? Hä? Boah Wirklich, jemand hat mir grad echt den Arsch gerettet Bitte danke Sehr gut gemacht Leute Schnell die Flagge Bissen Schnell, schnell, schnell Da kommen sie schon Scheiße Nein Scheiß Dreck Aber Aber Wir haben jetzt wieder die Führung Verwille mich Kann mal mir hier jemand den abnehmen? Aui Ich Dankeschön Du hast mir den Arsch gerettet Schnell nachladen Ach Ach Also warum hab ich vorher so geschickt? Was sind das für welche? Was sind das für welche? Boah scheißen Dreck Ja, war klar Wieso zuschauen? Aber Aber Wir sind wieder vorne Das ist das Wichtigste Und jetzt geh ich wieder mal zu meinem Lieblingspunkt C B könnte fallen D sollte Kavallerie einnehmen Aber Aber jetzt bin ich fast zufrieden Ah Ne B fällt Shit Jetzt wollen wir erstmal ziehen Da ist unsere Kavallerie Da ist gegnerische Kavallerie Da ist weiter Weg wieder Da ist Feindliche Kavallerie Dummer Schütze Hä? Ah Scheißen Dreck Ich wusste nicht, dass da zwei sind Aber ich schiene hier grad in letzter Zeit Jetzt noch ein Kamerad mehr Und dann wäre das nicht schlecht Dann kann ich da was machen Aber so ist es schon schwierig Alleine Ja, okay Da sind schon mal zwei Das ist gut Auf geht's Oh Gott Jetzt haben wir die Führung verloren So ein Kack Unnötig Und zurück Und zurück Aufpassen bitte diese blumen Kavallerie Sehr gut Auf wen schießt du? Hä? Auf wen schießen die? Jetzt mal wir gehen nach Kavallerie kurz gucken Ich sehe niemanden Ich sehe niemanden Niemand haben die geschossen Boah, das ist ja ewig weit weg Aber wir gehen trotzdem mal hin Oh, geil Wir haben Punkt B Ja, das gewinnen wir Das gewinnen wir Da kommt Da kommt Spackumän Da ist noch einer Wieso schiele ich denn so? Das ist zum Weinen Sind die weg beide? Ich glaube ja Also weiter vor Und jetzt aber Treffen Was macht der da oben? Boah, das Komm schon Und Oh, da sind Das richtig viel Kavallerie Ich tue mal so, als ob ich ihn nicht sehe Ja, klar Zwei Ihr Kleinen Wo ist unsere eigentlich wieder? Scheiß drauf wir führen Oh, ich bin ja mal voll weit vorne Oh, das wäre schön Weil dann mache ich ja zum ersten Mal vielleicht den vierten Platz Das wäre geil Oh Gott, da muss ich mich Jetzt anstrengen und C holen Was? Wer ist da? Habe ich was gesehen? Feuerts Männer Schnell, schnell Scheiße Da ist sogar ein Kavallerie Aber ich brauche den Punkt Jawoll Das gibt es nicht Was ich hier immer schiele Es ist echt So Hä? Warum haben wir den Punkt nicht? Da ist einer umgef... Ach, okay Ich weiß jetzt warum wir den umfangen Ach, da, hallo! Oh So, sehr schön Einer von uns ist umgefallen Noch einer, okay Nicht schön Machen Machen Da ist wieder der blöde Axtman da Besten Zauber Ne, immer noch nicht Hallo Hahaha Ach, ja So Guck mal auf Kavallerie Axt Vielleicht wieder hier angetebt Und von Wenn ich das gut finde Ich habe jetzt keine Deckung Das ist scheiße Shit Oh, das kommt Kavallerie Man Und da kommt sie Bedehme, ich meine Bedehme Gegner getroffen, das ist schlecht Oh Gott Nein, nein, nein Ach, scheiße Ich habe den Punkt verloren Vierten War noch nie vierter, schade Egal Aber ich bleib mal bei Immer ein bisschen zu zäh Ich habe so vom Gefühl Ist da gleich, wenn ich hier so angestimmt komme Dann Sehe ich auch irgendwelche Ah ja, da ist wieder Dreckig Was mir auch aufgefallen ist, normalerweise Wenn die auf mich zu reiten Treffe ich In der Regel immer Nur Diesmal Überhaupt nicht Wo ist der? Okay Mal mal auf gut Glück Nein Wie geil ist das denn? Das war es Das war super Scharfschützen, man Das habe ich echt gut gemacht Nein Das ist schade Oh, da spielt Musik Oh Gott Und wo werden wir denn beschossen? Wäre ja cool, wenn wir es schaffen Vielleicht sogar Nach dem Punkt D einzunehmen Der hat auf jeden Fall Einer eingefangen Hier der von mir Und den weiß ich aber nicht Ah shit Das war jetzt hier zu Übersichtlich Alter Diese Kamera Wie Wir kriegen den Punkt Wir kriegen den Jawoll Schön war's Spaß gemacht auf jeden Fall Dann sage ich ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Bis denne Tschüss